So Leute, hier sind wir auch schon zurück bei Golden Sun, die vergessene Epoche. Ihr hört es wahrscheinlich noch, ich bin immer noch krank. Ihr müsst wissen, ich nehme jetzt den letzten, diesen und den Part, der danach kommt, hintereinander auf. Das heißt, ihr hört das wahrscheinlich noch, dass ich krank bin und entschuldigt das bitte. Aber im letzten Part haben wir die Flügel gekriegt. Wir können jetzt fliegen mit unserem Boot. Und das ist ziemlich nice, muss ich schon sagen. Ich habe gelevelt, ja komm, gelevelt und das Team ein bisschen sortiert, dass es diesmal nach Geschwindigkeit geht. Denn greift man von vorne nach hinten an. Aber die vier sind jetzt auch alle Level 33 und somit sind alle auf dem gleichen Level ungefähr. So, aber jetzt geht es weiter. Wir fliegen erstmal und wir müssen, ich zeige euch den Ort, wo wir hingehen. Wir wollen, glaube ich, erstmal hier hin. Ne, ich glaube, hier hin wollen wir zuerst. Genau, da hin zu diesem Ding. So, das zeigt mir die Weltkarte. Hier hin wollen wir jetzt und da werden wir auch hingehen. Los geht's. Wie gesagt, fliegt nicht zu lange. Wenn ihr keine Monster treffen wollt, dann setzt Luftkissen ein. Das habe ich im letzten Part ja schon erklärt. Wir sind da. Hier kommen wir nämlich nur hin, wenn wir fliegen können. Nice, oder? Da ist etwas Seichtes im Wasser. Wir haben jetzt das rostige Schwert. Nice. Und jetzt müssen wir nach da unten. Also da hin. Aber mit dem Fliegen seid ihr übrigens auch wesentlich schneller. Also ich setze das Fliegen ganz gerne ein. Da sehen wir nochmal die Gaia-Fälle, wo wir nicht wissen, wo sie hinführen. So, aber hier ist die kleine Insel. So, landen wir hier. Los geht's. Und... Ich will euch noch ein lustiges Feature zeigen. Ich tausche jetzt einfach mal den Charakter. Ihr hört jetzt die Kampfmusik von Golden Sun, die Vergessene Epoche. Passt mal auf. Ich habe jetzt mal den Charakter zu, äh, Train gewechselt. Und wenn wir jetzt einem Kampf begegnen, glaube ich... ...kommt die Musik aus Golden Sun 1. Ich finde das ziemlich nice. Muss ich schon sagen. Äh, ich würde ihn gerne wieder gegen Felix tauschen erstmal. Und dann, äh, weitergehen. Äh... Ja, angreifen. So, das war's. Südwestliche Art... Südwestliches Artika-Eiland. Das Meer westlich von hier stürzt über einen gewaltigen Wasserfall. Wer dies gesehen hat, weiß erst die Erhabenheit der Natur zu schätzen. Danke, Kumpel. Sehr nett von dir. So, gehen wir erstmal runter. Mal gucken. Wow. Okay, das wird gerade nichts. Aber gut, dass wir den schon mal runtergeschoben haben. Aber jetzt brauchen wir die Kiste hier. Oh, Moment. Ne, gut. Gut, gut, gut. Alles okay. Nice. Deswegen musste der Baumschlumpf da auch zuerst hin, glaube ich. So, holen wir uns das Ding hier. Wir haben den Drachenschatz gefunden. Jetzt kann ich aber erstmal, glaube ich, Items sortieren, oder? Muss ich das überhaupt? Ne, eigentlich nicht. So. So, Leute. Jetzt nochmal einen kleinen Tipp. Wenn ihr in Golden Sun 1 einen Djinn vergessen habt und das Spiel übertragen habt, könnt ihr hier einen Djinn bekommen. Ich kann ihn euch jetzt natürlich nicht zeigen, weil wir in Golden Sun 1 keinen vergessen haben. Aber ich glaube, so wie das hier steht, dann müsst ihr hier nur rüberhüpfen. Und dann ist hier irgendwo ein Djinn, wo ihr den Jupiter-Djinn dann halt bekommen könnt. Den Extra-Djinn. So, mehr gibt es hier, glaube ich, nicht zu holen. Westig, von hier befindet sich absolut nichts mehr. Außerdem ist es dort sehr gefährlich. Ihr solltet nicht dort hingehen. Danke, danke, danke. So, wir können wieder gehen. So, als nächstes. Oh, das wird jetzt ein richtig, richtig langer Weg. Wir müssen nach hier. Nach Yalam. Geil, oder, Leute? Richtig nice. Da geht es jetzt hin. Wir haben eine lange Fahrt vor uns. Und Tschüss. Na, schade. Wenigstens in einem One-Hit gekillt. Aber wie gesagt, wir können ja auch einfach hier einen auf Luftkissen machen. So, und dann kommen keine Gegner mehr. Aber leider dürft ihr nicht vergessen, ihr könnt dann auch keine Menüs aufrufen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie wir fahren müssen. So, und ihr braucht nicht den ganzen, ich glaube, ihr braucht nicht den ganzen Kackweg außenrum fahren. Wir können direkt hier zu dieser Flussmündung fahren. Also, jetzt heißt es erstmal nach unten. Oh Gott, das wird so lange dauern. Aber wir ziehen das durch. Ich bin nicht jemand, der euch jetzt den Weg rauskattet. Das mag ich in RPGs nämlich gar nicht. Die Wege gehören für mich einfach dazu. Und die sollte man schon mit drauf haben. Also, finde ich, so genieße ich ein Let's Play von einem RPG auch lieber, als wenn das geschnitten ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Joa. Wir kriegen so einiges. Der überlebt natürlich, der Schilddrache, ne? War ja klar. Dieser kleine Lappen, Alter. So, hier ist der Turm von, äh, Tundra, glaube ich, irgendwo. Hier unten, da ist er. Wir sehen ihn nochmal. Sehr nett. Gar keine Frage. Das war's. War ja aber auch nur eine Fledermaus. So, und jetzt können wir, dadurch, dass wir fliegen können. Joa. Hier einfach lang. Los geht's. Und ihr könnt dann mal, wenn ihr auf die Karte gucken müsst, kurz absetzen. So, und hier geht's dann raus. Sehr nice. Aber den Rest des Weges fliegen wir, glaube ich. Weil jetzt brauchen wir nicht mehr durch die Flüssmündung gehen, äh, Flüssmündung. Flüssmündung gehen, um nach Yalam zu können. Wir können einfach außenrum des Kontinents fliegen. Weil wir jetzt hier durch können. Wir sind da. Steigen wir aus. So, jetzt können wir endlich mal die ganze Scheiße loswerden, die wir hier haben. Schmieden wir den ganzen Kack erstmal. Diese ganzen rostigen Dreckswaffen, die keiner von uns braucht. Ja, möchte ich. So, weg mit den Dreckswaffen. So, ich werde euch das aber vorspulen, äh, damit ihr euch nicht langweilt. Also sehen wir uns, wenn ich alle rostigen Waffen geschmiedet habe, gleich wieder. So, hier sind wir auch schon wieder. Ich habe alles geschmiedet, äh, also nicht alles geschmiedet, sondern die rostigen Waffen geschmiedet. Davon müssen wir jetzt einige anlegen. So, Cosma kriegt als erstes die Drachenkeule. Die ist im Moment besser als was wir haben. So, bei den anderen ist alles gleich geblieben. Äh, äh, hier auch. Gut, der Arm der Hestia, bei ihm wird nachher ausgetauscht. Ähm, wir gehen weiter zu hier. So, hier wird was getauscht. So, und er bekommt dafür den Kriegshandschuh. Keine Ahnung, warum. Fragt mich nicht. Aber so ist es hier. So, dann gehen wir mal zu ihm. So, wir müssten doch irgendwo noch den Goblin-Stab haben. Den geben wir mal an ihn hier. So, und er, haben wir den schon? Nein. Nein. Auch nicht. Ich glaube, den haben wir noch nicht. So, dann geben wir den ganzen anderen Schrott, den wir jetzt erstmal dabei haben, äh, verkaufen. Einige Waffen kommen noch, aber die zeige ich euch dann am Ende des Parts, wenn ich sie alle bekommen hab. Äh, da schneide ich euch dann einfach ran. So, aber es gibt, wir müssen in diesem Part noch viel machen. Äh, nee, ich will nicht ins Innen. Ich will eigentlich Sachen verkaufen. Jetzt muss ich aber noch mal gucken, wo der, ah, da oben. Alles klar. Gucken wir erstmal, ob es hier was gibt. So, dann verkaufen wir den ganzen Schrott, den wir mal gesammelt haben. Wie die, äh, Thanatos-Keule. Die braucht in diesem Part auf jeden Fall keiner. So, niemand braucht mehr den Arm der Hestia oder das Piratensäbel. Auch keiner braucht mehr den... äh, Wolkenstab oder den Finsterstab. Braucht den jemand? Ja, doch. Den hätte ich jetzt fast vergessen. Gut, dass ich den nicht verkauft hab. Den Finsterstab. Den gebt ihr an... Neli oder beziehungsweise ich hab ihren echten Namen vergessen. Äh, Mia. So, könnt ihr ja eher anlegen. So, dann können wir das, was, äh, Mia jetzt trägt, mal schnell verkaufen. Nämlich die Keule des Rechts. Die braucht keine Sau. Äh, er hat auch noch nutzlosen Kram, den keiner braucht, wie den Ritterhelm und so einen Scheiß. Nein. Und er auch. Nämlich die... Braucht jemand die Draco-Schuppen? Nein. Silberklinge kann weg. Und die Draco-Schuppen auch. So, und er hat dann noch den Kristallstab, den keiner braucht. Oder Anima-Omen und das Ninja-Gewand, das wirklich niemand braucht. So, damit haben wir den nutzlosen Scheiß erstmal verkauft und jetzt holen wir uns eine der stärksten Waffen im Spiel. Uns ist bestimmt der Baumstumpf hier aufgefallen. Da wir jetzt das alte Team haben, können wir den einfach wegballern. Mit der Kraftwelle. So, Cosma, Zyklon. Masamune. So, Masamune, können wir geben. An Aaron. So, und dann können wir das andere Schwert auch schon wieder verkaufen. Wow. Das war richtig useless, aber egal. Verkaufen wir den Scheiß mal. Äh, so. Ahm der Hestia geht weg. Korsarenschrei geht weg. Erebus Rüstung kann weg. Masamune kann nicht weg. So, jetzt kann ich aber erst mal in Wies ein bisschen sortieren. Uri Halkum kann ich mal geben an ihn hier. Und die dunkle Materie hau ich mal ihm hier rein. so. Leider haben wir im Moment keine Lederstiefel. Die müssen wir uns nochmal besorgen. Schade drum. Äh, in Alhavra gibt's die, glaube ich. So, wir sind mit diesem Part noch lange nicht fertig. So, wir gehen jetzt aber nochmal ins Inn, wenn ich das finde. Da oben ist es. So, schlafen. So, wie gesagt. Alles, was wir danach schmieden, äh, schneide ich euch, äh, hinten ran, an, am Ende des Parts. Wir gehen jetzt aber erst mal weiter, ähm, bevor wir die Ausrüstung... Wir müssen, äh, jetzt erst mal, dann muss ich gucken, ob wir von hier aus schnell nach Alhavra kommen. Alhavra ist da hinten. So, weil ich glaube, da gibt's Lederstiefel zu kaufen, äh, und die brauchen wir noch viermal. Und die holen wir uns jetzt auch, weil das können wir dann schnell erledigen. Normalerweise kann man die mit Aaron behalten, wenn Aaron die sich holt, aber hier holen wir die uns jetzt. So, Alhavra ist da hinten. So. Steigen wir kurz aus und kaufen mal kurz Lederschuhe. Ich glaube, hier sind wir falsch. Hier müsste es die dann doch geben, oder? Nein. Hier. Ja, viermal. So, weil dann können wir alle die Hyperstiefel verkaufen, weil die alle useless sind. Hier seht es ja, ihr seht es ja, ihr seht es ja selbst, wir kriegen für die Hyperstiefel noch wesentlich mehr Geld zurück und die Lederschiefel sind trotzdem besser. Es ist halt so lächerlich. So, einmal für Garrett. So, dann dürften jetzt alle auch Lederstiefel tragen. Nein. So, Lederstiefel, Lederstiefel, ja, perfekt. So, und dann können wir wieder gehen. Dann haben wir hier in Alhavra alles erledigt. So, damit ist der Umweg über Alhavra gemacht. Jetzt dürfen wir wieder ins Herz von Hesperia, das heißt wieder auf die andere Seite dieses beschissenen Kontinents. So, das heißt einmal außen rum fliegen. Wie gesagt, ich werde Offscreen nochmal nach Sonnenschein dann fahren, euch ranschneiden, welche Items ihr aus welchen Materialien schmieden sollt. Das werde ich dann zu jedem Item sagen. Und, ja, das mache ich dann so. Das kostet mich zwar ein bisschen Zeit, aber ihr kriegt es halt nicht mit und könnt das angenehm genießen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah ja, wir müssen noch weiter runter. Hier müssen wir nämlich hin. So, damit sind wir wieder in der westlichen See. So, von hier an werde ich mal Luftkissen so einsetzen. So, jetzt brauche ich doch mal die Karte. Oh Gott, wir sind so falsch. So, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. So, das war's mit diesen Lappen. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Nämlich hier hinten müssen wir hin. So, dann können wir nämlich hier landen. Nice. Äh, nein. Ich will in die Höhle von Artica rein. Dann gehen wir erstmal außenrum und gucken, was wir hier machen können. Geht das von hier? Ja, geht. So, dann können wir uns nämlich diese Steintafel hier holen. Felix untersucht die Steintafel. Quetzal Quetzal Quartel können wir jetzt beschwören. Nice. Quetzal Quartel benötigt drei Merkur und drei Jupiter-Gins auf Standby. Geil! Nice. Gehen wir wieder hoch. Wuhu! Wuhu! Geil! So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen wieder zum Schamandorf. Let, let, let's go! Go, 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 go! Auf zum Schamandorf. So, äh, lass mich kurz auf die Karte glotzen. Stimmt, wir müssen nach da ganz oben, ne? Oh, da hab ich ja wieder Bock drauf. Auf geht's. Boah, ich liebe das Fliegen einfach so. Man ist so viel schneller, aber leider kostet es so viel PP, wie ihr seht. Kommen wir von hier aus auch zum Schamandorf? Nein, leider nicht. Aber von hier aus. Ich hab Train gefunden. Wir haben nach dir gesucht, Train. Wer seid ihr? Mein Name ist Satrasch. Du hast mich in den letzten Runden von Kolosso besiegt. Und ich bin Azat. Und vergiss nicht, Navampa. Oh, ihr seid es. Begrüßt man denn so seine alten Freunde? Was ist euer Problem? Wir möchten mit dir über deinen Kampfstil bei Kolosso sprechen. Ja, und wir glauben, du hättest nicht gewinnen dürfen, Train. Wir glauben, du hast nicht fair gekämpft. Es scheint, als wärt ihr über die Tatsache verärgert, dass Train gewonnen hat. Wir haben darüber nachgedacht. Auf keinen Fall hätte Train gewinnen dürfen. Aber sicher doch. Ihr glaubt also, ich habe geschummelt? Nur weil ich bei Kolosso meine Psynergie angewendet habe? Ich weiß nicht, wie oder was du damals getan hast. Jedenfalls glaube ich aber, dass du uns alle betrogen hast. Oh, aber Psynergie ist eine Fertigkeit des Kriegers. Sie hat den gleichen Stellenwert wie eure Schwertkünste. Das ist kein Betrug. Hörst du etwa nicht zu, alter Mann? Dieser Kampf war eine Farce. Und wir sind hier, um es euch heimzuzahlen. Oh boy. Die wollen also fucking unbedingt auf die Fresse haben, oder? Gut, dann gucken wir mal, was wir für euch tun können. Töten wir erstmal die anderen beiden Lappen. So, easy. Damit ist der erste tot. Oh Gott, warum setze ich überhaupt Gins ein? Die sind es ja nicht mal wert, dass ich Gins einsetze. Die sind es ja nicht mal wert, diese Leute waren phänomenal. Wer von euch hat gesagt, dass sie hätten Kolosso nicht fair gewonnen? Ich war das nicht, aber ich glaube, du und Navampa haben etwas derartiges behauptet. Dann glaubt ihr also nicht mehr, dass unser Sieg bei Kolosso ein abgekatertes Spiel war? Niemals, Train. Wir geben zu, dass wir völlig falsch lagen. Wir versprechen, dass wir deinen Namen nie wieder in den Schmutz ziehen werden. Auch werden wir dich nie wieder einen Betrüger nennen. Kannst du uns vergeben? Ja. Du bist ja doch kein so übler Kerl. Du bist hier, weil du nach Schätzen suchen willst, oder? Hier, das war in der Kiste, die wir gefunden haben. Du warst so gütig, uns zu verzeihen. Daher wollen wir es dir überlassen. Gut, tja, dann sollten wir vielleicht besser gehen. Wenn das nächste Kolosso ansteht, werden wir stark genug sein, um zu gewinnen. Vielleicht trifft man sich ja dort. So, damit kriegen wir das goldene Hemd. Geil! Das goldene Hemd, wen können wir das denn geben? Das gibt... Oh, ja, okay. Das goldene Hemd könnt ihr Cosma anlegen. Damit ist für Cosma das Mitrilhemd nutzlos und können verkaufen. Geil! So, jetzt können wir uns den Djinn hier endlich holen. Ich habe ja gesagt, dass wir den uns noch wann anders holen. Nice! Was mache ich da? Äh, hier. Warum sollte ich das jetzt machen? Dann einmal den hier. Ja, dann einmal den hier. So. Dann einmal das hier. Ja. Tja, scheiße, was, ne? So, den müssen wir jetzt relativ schnell besiegen. Ich hoffe, das klappt. Oh, scheiße, das hat ja nichts gemacht. Wow, war das nutzlos. Oh, krass, macht der einen Schaden, Alter. So, hoffentlich kriegen wir ihn jetzt tot. Nice. So, den können wir Mia geben, falls Mia ihn nicht schon hat. So, jetzt können wir zum Schamanendorf aufbrechen. Oh, das wird wieder so ein extrem langer Part. Oh, ich liebe es ja, ne? Also, ernsthaft, Leute. Das mit den langen Parts nimmt langsam überhand. Ganz toll. Aber nach diesem langen Part beginnt schon fast der Endspurt von Golden Sun. So, das müsste doch der Weg zum Schamanendorf sein, oder? Weil wir haben jetzt hier erstmal eh nur einen Weg geradeaus. Und können uns erstmal wieder fit machen. So, dann laufen wir mal durch. Wir müssen leider nämlich nochmal durch die Straße der Prüfung jetzt laufen. Wir haben keine andere Wahl. So, auf geht's. So, damit ist die erste Ebene geschafft. Oh, jetzt kommt wieder die Scheiße, ne? Oh, ich kotze gleich. Ja, leider müssen wir nochmal durch, wenn wir alles holen wollen, was es gibt. Und das wollen wir natürlich. So, einmal rüber. So, wie war das hier nochmal? Achso, ja, okay. Ich glaube, ich brauche nur den hier. Ja, es müsste nur der sein. So, nice. Einmal hoch und dann haben wir das auch geschafft. So, einmal hier den Spaten einsetzen. So, müssten wir es nicht dann sogar geschafft haben. Endlich. Ja, nice. Haben wir. So, aber jetzt können wir hier Luftkissen einsetzen. Und endlich hier lang. So, perfekt. Dann einmal die Treppen runter. Oh, hier geht es schon wieder los. Ne, hier kommen die ganzen Mobs wieder an. So, hier könnt ihr gleich mal Zyklon einsetzen. Die nehmen wir natürlich mit, alleine schon aus XP-technischen Gründen. Und ein Glückwunsch. Glückspfeffer. Nice. Den könnt ihr Felix geben. So, und jetzt seht ihr hier noch einiges. Ihr wisst, was das heißt. Das ist ein Kreis. Hier können wir Enthülle einsetzen. Toll. Oh, nicht schon wieder so ein Spast, Alter. Jupiter-Gin. Den müssen wir töten, Alter. Los geht's. Da kommt der Funkenregen, Alter. Und das war's. Miami, nice. Hauch folgt schon genau dem richtigen. So, das war's. Wir können uns verziehen. Ich hoffe, der Rückzug bringt was. Ja, so halb. Eher nicht. Und jetzt? Scheiße. Jetzt dürfen wir diesen Kackweg nochmal zurückgehen. Ich fass das nicht. So, und einmal hier runter. Schieb die Kacke mal hier ran. Und dann raus hier. Wir wollen hier nie wieder hin. Das geht einem... Oh Gott, nein. Es gibt noch eine Ebene. Oh boy. Ach, das ist doch scheiße. Scheiße. Endlich. Können dieses Kackdorf verlassen. Vorher geben wir aber nochmal den Shop, weil ich, äh, diese nutzlose Scheiße, die Cosma jetzt hat, das mit Trilamp verkaufen will. Und dann healen wir nochmal, weil wir haben ja gerade gekämpft. Und zack. So, damit haben wir das Schamandorf jetzt auch komplett abgeschlossen. Ich glaube, wir müssten sogar fast alle Gins haben. Einen gibt es... Es gibt für jeden auf jeden Fall, glaube ich, noch einen. Also acht Stück an der Zahl müsste es noch geben. So, dann wollen wir den Kontinent wieder verlassen. Und auf geht's zur Raureifinsel. Jetzt müssen wir wieder nach hier oben. Hui, auf geht's. Und das ist dann auch fast der letzte Ort für diesen Part. Beziehungsweise, ja, für diesen Part. Ich darf dann noch zu Sonnenschein gleich wieder dackeln, damit ich euch die Items schnieden kann. Das wird nice. Aber da der Emulator eine Vorspulfunktion hat, wird das für mich nicht so schrecklich sein, wie... Wenn ich das im Let's Play mache, für euch. So, weil hier gibt es doch noch was zu holen, erinnert ihr euch? Der Apfel hier. So, den könnt ihr auch Felix geben. So, und das war's dann auch schon mit der Raureifinsel. Hier haben wir jetzt alles erledigt und jetzt geht's zur Höhle von Angara. Die ist gleich irgendwo daneben. Wo wir nicht hinkommen. Ah, okay. Runter. Folgt mit aufmerksamen Blick mir, Leute. Wir müssen hier lang. So, da ist die Höhle. Da wollen wir rein. So, runter. Hier ist eine Tür. Nice. Okay. Ich glaube, ich verstehe, was ich hier machen soll. Ach, Quatsch. Nicht Telekinese. Wie hieß denn das hier? Lastenheber. Macht jetzt nicht den Fehler und schiebt das Ding da hin. Weil dann habt ihr ein dickes Problem. So, nochmal Lastenheber. So, schieb den erstmal so. Und dann nochmal Lastenheber. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, was ich hier machen will. Ja. Felix untersucht die Steintafel. Felix kann nun Hauris beschwören. Hauris benötigt drei Venus, zwei Marschins auf Standby. Oh, das wär's dann auch schon mit der Schatzsuche in der westlichen See. Hätten wir alles geschafft. So, dann gehen wir ja raus. Alter, wieder 52 Minuten. Und das auch nur, weil ich zum Großteil noch krank bin. Und viel Fahrtweg in diesem Part drin ist. So, aber an dieser Stelle sehen wir uns bei Sonnenschein wieder, wenn ich das erste Item, was wir noch brauchen für unsere Ausrüstung, äh, geschmiedet hab. Also wundert euch nicht, wenn wir gleich ein Sprung sind. Und am Anfang des nächsten Parts sehen wir uns dann an dieser Stelle wieder. Also bis gleich. So, hier bin ich auch schon wieder. Äh, ich bin fertig mit dem Schmieden. Wir haben jetzt neue Items. Ihr solltet aus den beiden Silfenfedern, die wir mal gesammelt haben, auf jeden Fall den Schwebehut und die Hände des Windes machen. Den Schwebehut, den könnt ihr Cosma anlegen. Und die Hände des Windes gebt ihr bitte Ivan. Die kann er ganz gut gebrauchen. So, dann einmal jeweils sortieren. So, dann macht ihr aus der dunklen Materie, äh, macht ihr am besten den Schattenstich, äh, für Garrett. So, wir können den Schattenstich jetzt noch nicht anlegen. Das machen wir sofort. Äh, und dann haben wir noch aus dem Orihalkon, was wir geschenkt bekommen haben vom fliegenden Schiff. Äh, wo hab ich sie jetzt? Xilions Rüstung. Diese gebt ihr, äh, hier. Ähm, Isaac. So, und jetzt, äh, legen wir eben kurz das Schwert an. Wie gesagt, ich beende den Part nachher erst bei der Höhle. Also, wundert euch nicht. Wir müssen jetzt erstmal von Garrett die Dämonaxt ablegen. So, dafür müssen wir aber... ...erst mal diesen komischen Lappen finden, der uns von Flüchen befreien kann. Der ist hier drin, glaub ich. Fluch brechen. So, jetzt können wir nämlich... Jetzt müssen wir Garrett Sachen nochmal neu anlegen. Äh, einmal den Dämonenpanzer wieder anlegen. Und die Donnerkrone wieder anlegen. Und dann legt ihr eben den Schattenstich an. Guckt euch mal die Attacke an, Alter. So. Und jetzt gehen wir die Ausrüstung nochmal für jeden durch. Damit wir auch sicher sind, dass wir alles haben. Gehen wir für Cosma zuerst durch. Drachenkeule, Schwebehu, Duo, Mentalmagischer Talar. Stimmt. Goldene Stiefel. Äh, goldenes... ...Hemd hier und den Wächterring. Perfekt. So, dann für Felix. Faetan, Minervas Helm, Aegischild und Erebus Rüstung. Korrekt. Lederstiefel, Mitrilhemd und... Perfekt. Passt. Jenna. Meditationsstab, Rumelskrome, Band der Reinhalt, Priesterrobe. Lederstiefel, Mitrilhemd und Mentalring. Passt. Und Aaron. Masamune, Masamune, Minervas Helm, Egeschild und Erinyes Tunica. Lederstiefel, äh, Mitrilhemd und goldener Ring. Passt. So, jetzt kommen wir zu den anderen. Äh, Ivan. Goblinsstab, Mitrilreif, Hände des Windes, Sturmjacke, Lederstiefel, Mitrilhemd und Heilungsring. Perfekt. Dann Isaac. Gaia Klinge, Kriegerhelm, Spiegelschild, Xilionsrüstung, Lederstiefel, Mitrilhemd und Kriegsring. Passt. So, dann als nächstes, äh, Neli, beziehungsweise Mia. Finsterstab, Juwelenkrone, Mentalreif, Orakelrobe, Lederstiefel, Mitrilhemd und Adeptenring. Passt. Und dann nur noch White, beziehungsweise Garrett. Schattenstich, Donnerkrone, Kriegshandschuhe, Dämonenpanzer, Lederstiefel, Mitrilhemd und Priesterring. Passt. Damit sind wir absolut perfekt ausgerüstet für diesen Part. Aber die perfekte Ausrüstung haben wir noch lange nicht. Und das wird ein Akt, sich die zu holen. Das könnt ihr mir glauben. Da müssen wir einiges beachten. Aber das Chapter steht uns leider noch bevor. Da wird das, da werde ich das meiste eh offscreen machen. Ihr werdet auch später dann verstehen, warum den Platinreif brauchen wir nicht mehr. Äh, den Virtuo-Armreif brauchen wir nicht mehr. Und die Ashura-Rüstung brauchen wir nicht mehr. Und die Dämonen-Axt brauchen wir nicht mehr. So, perfekt. Dann würde ich sagen, äh, werde ich an dieser Stelle den Part beenden. Oder soll ich ihn an der Höhle beenden? Ich beende ihn an der Höhle. Dann seht, ne, ich beende ihn hier jetzt. Weil ich sagte ja, am Anfang des nächsten Parts sehen wir uns wieder bei der Höhle. Ich werde den Part hier jetzt beenden. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Liked dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Golden Sun oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017